Gut, okay, die Häuser machen also... Ach, das hier ist auch schon fertig. Dann kann ich jetzt genau einen Sheriff und eine Bank bauen. Nice. Der Plan war, den Sheriff direkt an den Saloon zu hängen. Und die Bank zwischen Sheriff und Kirsche. Perfekt, das passt. Genau so habe ich mir meinen Dorfplatz vorgestellt. Sehr schön, sehr schön. So, und wir dürfen Kohle, Eisen und Steinminen jetzt bauen. A Watchtower offers a good overview over the area and raises the reach of your weapons. O ganz, ja. O ganz, ja. Okay. So, jetzt machen wir das. Und das ist gut. Wie? stellen wir da mal einen hin so und damit wir auch einen Toothsmith bauen eine Kettelfarm ist jetzt auch erlaubt so hier fehlen jetzt noch der Gunsmith und Goldsmith was ist das hier? ach das fort ja nice viele neue Sachen jetzt hier am Start coole Sache ironmine und ironmine jetzt hier coalmine ironmine iron coal iron and coal coal and iron ziemlich viel Eisen und Kohle hier immer überall Kuba und Gold haben wir hier hinten Kohle Kohle Eisen werden wir mal gucken ob es hier auch irgendwo Stein gibt Moment haben wir hier viel Eisen Na gut da kümmern wir uns jetzt erstmal noch nichts drum weil wir jetzt hier noch nicht das Gebiet haben was wir dafür brauchen so jetzt sind wir noch nicht aber es ist schon mal schön dass wir es mittlerweile können dass wir es mittlerweile dürfen wir haben jetzt schon sehr bald alles freigeschaltet so hier haben wir noch da der so wir sind jetzt hier noch damit beschäftigt dieses Haus update zu machen ok Der hat allen Steinen verbraucht, ist keiner mehr da, der kann aber gedroht, auch wenn die Häuser da drüben ist, auch noch so ein Häufchen, wir sind auch schon in den Häusern dran, schön. Gut, mir habe ich hier auch glaube ich gerade nicht den Auftrag gegeben, außer die Häuser da drüben. Alles gut, alles gut, solange er was tut. Wir haben das richtig schön hier an der Eisenbahn lang gebaut, der Eisenbahn selber noch nicht überschritten. Hier ist so dieser schöne runde Bau von dem Gebiet. Ich brauche mehr Häusern, denn da ist... Achso, ja die... Habe ich auch schon in den Auftrag gegeben hier, die müssen wir jetzt einfach nur mal dieses Häuschen hier fertig bauen, da sind sie ja dran, dann müssen sie hier die Schaufs formen, aber da habe ich erst die... Another Butcher, The Butcher, The Butcher, The Butcher, The Butcher, The Butcher, The Butcher, Du hast da rein und da klatschen, ich kaufe mir im Laden eine Ratsche, mit der ich bauen kann. Wende dran an mein Haus, The Butcher, wenn ich mit der Axt aushol klatscht. Nervige Schmerzgeräusche. So, ach ja, ist eine unglaublich gute Zeit einfach mal zu gannen. Bam 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 bam. Mach ich nur weil ichs kann. Hab ich eigentlich verschiedenes Geld, weil hier unten sinds 22.000. Ja, sinds auch 22.000, also das bleibt schlecht. Ich weiß noch gar nicht was jetzt die Bank, wenn ich die morgen bald hab, noch für Vorteile bringt. Oh, Spruch, ich kann eigentlich schon mal... Scheiße. Ich kann mir direkt eigentlich schon wieder in den Stall den Auftrag geben. Wenn die nämlich als erstes mal hier diese beiden Gebäude auch besetzt haben, ist der schon ziemlich voll wieder. Boah, Alter. Wir lagern hier Wasser und Feuerholz bis zum Gehtnichtmal. Grain ist hier auch... Grain geht hier auch richtig ab. Wer sei je, massenweise, wer sei je, für gute Preise, wer sei je, kannst du bei mir kaufen? So... 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 Wo... Wo... Ja. Die bauen noch den ordenern! Ich halte das chill zusammen. Wauw, ich bin so glücklich. Warum bist du so scared? Das Wolf. Du kannst eigentlich mal direkt jetzt schon mal dich auf dem Weg zum Arzt machen. Hier wird's den Jäger geschickt. Wer sich da drum kümmert ist eigentlich egal. Jäger ist auch ganz cool, den nehm ich auch gleich auseinander. Und ich hoffe mal du schaffst es jetzt mit deiner Verletzung noch rechtzeitig hier runter. Das ist eigentlich echt mal irgendwie hier noch einen neuen Ganslinger einstellen. Der poor man is scared. Ähm, gerade mal gucken. Doch mal irgendeinen auswählen. Jaaaa, genau das dachte ich mir nämlich, dass die Siedler dann nämlich auf jeden Fall doch schon auch auf ne Kirsche bestehen. I turn it, turn it, turn it, turn it, turn it around. Gut, Kirche machen wir mal zum Friedhof. In diesem Fall halte ich das für eine gute Sache. Und scharf kriegen sie. So. Elf. Zehn. Du wirst mir jetzt nicht auf der Treppe des Arztes verrecken. Neun. Acht. Oh, das wird eng. Sieben. Also bis zum Arzt kommt er noch rein. Wenn er jetzt 5 direkt behandelt wird, dann hat er eine Chance. 4. Also zumindest nicht mal scared. 3. Oh. Huhu. Nice. So. So. Ah, ring ding 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 ding. So. 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 Nehmen wir mal ein neues Gebiet. So. Mittlerweile kommt hier die Holzproduktion dann doch auch nicht mehr hinterher. irgendwie. So. 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 wie ist es da oben. So. 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 schon erledigt ja der Hunter nimmt ihn wenigstens direkt auseinander gut